In diesem Video geht es um die Herstellung eines Hubschraubers. Es ist hinteraus bei uns in der Straße ein Propellerhubschrauber abgestürzt. Und ich baue den jetzt um zu einem ... Hallo, 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 hallo Nadja. Hallo Manuel, schau, was ich dir da mitgebracht habe. Bist du jetzt vom Wien extra gekommen? Ja, zu Fuß, also ich bin auf dem Mitfeld gerettet, aber es ist ein bisschen lang gedauert, weil es nämlich da der Haxen hat verloren. Also durch das Reiten ist die Haxe abgebrochen? Ach ja, und das Ohrwaschl, weil der Wien so geweht hat, schau. Könntest du das reparieren? Ja, komm. Und wenn das Nilpferd noch nicht trocken ist, dann werden wir ihm ein Lied vorspielen, dann trocknet es sicher schneller und dann kann ich wieder nach Hause reiten auf dem Nilpferd. Ich frage mich. 反 Micro schreiber planten. Per mich. W раз он um den Kopf und deine Reiten ist nicht dran. Ich frage mich. Ich frage mich sonst ein Stück mitz Cordaden. Ich frage mich sonst ein paarharma Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020